Survival Rally 2024, da gibt es eine ganze Menge von Fragen, die noch offen sind und die klären wir in diesem Video. Das heißt, da wirst du erfahren, welche Stationen es gibt, was du können musst, was du nicht können musst und ja, wer dir das irgendwie interessiert, da beitragen wir. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Das Video ist als Frequently Asked Questions, also typische Fragen und auch die Antworten aufgebaut. Das heißt, eine Frage und eine Antwort und ja, legen wir los. Frage Nummer 1, was ist das, wo ist das, wann ist das? Wann ist es? Es ist am 17. und am 18. August 2024 im Buschkraftarreal auf waldolau.at. Das ist in Schwarzenbach an der Pilach in Niederösterreich, also im Osten von Österreich. Ich werde beide Tage anwesend sein, das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, mich dort zu treffen. Also ich bin am Start und am Zielpunkt und genau das ist auch die Antwort auf die Frage, was ist das überhaupt? Wir nennen das Survival Team Event und das klingt irgendwie so hochtrabend, aber im Endeffekt geht es darum, dass du mit einer zweiten Person, die du entweder hast, ich werde das aber auch noch beantworten, die du schon hast oder die dir dann vor Ort zugeteilt wird oder ausgelost wird, sechs Stationen anläufst in diesem Buschkraftareal und dort unterschiedliche Aufgaben erfüllen musst. Und um das geht es dabei. Das heißt, es ist Spaß, es ist Spannung, es ist eine Herausforderung und um das geht es. Frage Nummer zwei. Team. Okay, wenn ich aber keinen Teampartner habe, dann ist die Antwort auch ganz einfach, dann wird dir einer zugeteilt, zugelost. Und das heißt, du kannst dort ganz einfach teilnehmen, auch einzeln. Also du meldest dich an, kriegst dann einen Startzeitpunkt und dann ist dort eine zweite Person, die du wahrscheinlich nicht kennst und mit der gehst du ganz einfach diese Veranstaltung an. Du läufst die sechs Punkte an, du magst die sechs Aufgaben und cool ist. Soll also heißen, wenn ihr schon zwei seid, dann ist das super und wenn du allein bist, dann wirst du zwei werden. Frage Nummer drei. Wie ist es jetzt? Muss man da schon fortgeschrittener sein? Muss man da absoluter Survival-Profi sein? Nein, überhaupt nicht. Das ist für Anfänger, für Fortgeschrittene. Es soll einfach Spaß machen. Und du schnupperst, wenn du noch nie mit Survival irgendwas zu tun gehabt hast, dann schnupperst du in die Sache mal rein und kriegst du mal ein erstes Gefühl. Wenn du dich schon auskennst, wenn du schon Feuer machen kannst, Unterkunft bauen und all die ganzen Sachen, dann wirst du ganz einfach eine Herausforderung kriegen und dann wirst du schauen, wie ist es? Das ist jetzt kein Survival-Kurs, wo du dich mit mir zwei oder drei oder vier Tage raussetzt und ich dir Punkt für Punkt irgendetwas zeige, sondern es ist einfach ein Spaß. Es soll einfach ein cooles, lustiges Event sein, eine schöne Veranstaltung sein, an der wir alle Spaß haben. Genau darum geht es. Also, keine Grundkenntnisse, keine Voraussetzungen. Du musst einfach wollen. Ja, also, Frage Nummer vier, die kommt auch sehr häufig. Muss ich da extrem sportlich sein? Muss ich da das voll durchtrainierte Tier sein? Nein, musst du nicht. Also, auch ich, und du weißt, wie ich ausschaue, da unten, auch ich kann da teilnehmen und auch ich kann das schaffen. Ich kann halt nur nicht, weil ich beim Start- und Zielpunkt sein werde und dort ganz einfach die Leute in Empfang nehme und einfach da bin. Aber auch ich könnte das schaffen oder ich kann das auch schaffen. Also, du brauchst jetzt nicht der durchtrainierte Superheld sein. Ja, du musst einfach gehen können und um das geht es. Frage Nummer fünf, welche Ausrüstung brauche ich? Gar nichts. Alles, was du für die Aufgaben, für die Erfüllung dieser sechs Aufgaben brauchst, dieser sechs Stationen, wird dir auf der Station gegeben, zur Verfügung gestellt. Damit auch alle die gleichen Voraussetzungen haben. Es ist natürlich sinnvoll, weil wir dort keine Verpflegung haben, dass du dir Wasser und Nahrungsmittel, die du für diesen Parcours brauchst, einfach mitnimmst. Und das ist ganz klar, aber du kannst mitnehmen, was du willst. Wenn du sagst, du brauchst so ein großes Messer, du brauchst das und das und das, dann kannst du es mitnehmen. Du musst es aber nicht, denn die Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Damit auch, und das ist auch wichtig, alle die gleichen Voraussetzungen haben. Frage Nummer sechs, wer gewinnt und wie gewinnt man? Also, alle gewinnen. Unter allen Teilnehmern wird verlost. Das ist einmal das eine. Es gibt ja unterschiedliche Sponsoren. Nextorch, die Firma Umarex, Bushcraft Essentials und so weiter. Und unter allen Teilnehmern wird etwas verlost und jeder kann gewinnen. Aber natürlich das Team, das am schnellsten war oder das Team, das am besten war, die die meisten Punkte haben, so sagen wir das im Endeffekt, die kriegen dann auch nochmal eine ganz spezielle, wirklich eine ganz spezielle Überraschung. Die sollen gewürdigt werden. Aber trotzdem, jeder gewinnt und allein, dass du dabei warst, ist ein Gewinn. Frage Nummer sieben, wie ist das mit den Stationen? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Stationen sind das und wie funktioniert das? Also es sind sechs Stationen. Jagd, Wahrnehmung, Hindernis, Wasser, Feuer und Erste Hilfe. Und diese Stationen sind an unterschiedlichen Punkten im Bushcraft Areal verteilt. Du bekommst eine Karte, Anweisung, wie du dort hinkommst und ja, dann findest du deinen Weg dorthin. Wenn du an der Station angekommen bist, kriegst du eine kurze Einweisung, kriegst auch die Ausrüstungsgegenstände und die Aufgabe und dann legst du los oder ihr legt dann los und erfüllst die Aufgabe besser oder schlechter und kriegst dann abhängig von Zeit und vom erreichten Ziel Punkte. Worum geht es bei den Stationen? Ich möchte keine Details preisgeben, weil ich dir ja sonst einfach den Spaß nehme. Aber ganz grob kann ich natürlich sagen, worum es geht. Das eine ist Jagd, unter Anführungszeichen. Das sind Stahlziele, die mit Luftdruckgewehr von der Firma Umarex beschossen werden. Und wie weit oder was oder wie, das möchte ich nicht erzählen. Aber wer gut schießen kann, ja, er hat auf jeden Fall Vorteile. Dann gibt es eine Station Wahrnehmung. Da geht es um eine Höhle. Du musst in einer Höhle unterschiedliche Gegenstände finden und die dir merken. Und umso besser du das kannst, umso besser wird es für dich auch funktionieren oder für das Team funktionieren und ihr kriegt mehr Punkte. Das wird von der Firma Nextorch, werden da die dazugehörigen Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung gestellt. Keine Sorge, weil auch die Frage war, muss man sich da abseilen, muss ich da Kletterer sein, muss ich da Höhlen-Daucher sein, also sowas. Nein, überhaupt nicht. Keine Vorkenntnisse, ganz normales Standard-Grund-Fitness und du wirst die Aufgabe erfüllen können. Das ist die Wahrnehmung. Bei einer Station geht es um das Überwinden von Hindernissen. Künstliche und natürliche Hindernisse müssen im Team überwunden werden. Auch da möchte ich keine Details preisgeben, aber weil auch da man sich vielleicht denkt, das ist vielleicht zu kompliziert für mich. Das würde ich schaffen. Ich würde es schaffen. Ich wäre sicherlich nicht der Schnellste, ganz sicher nicht, aber auch ich würde es schaffen. Also du brauchst dazu kein Zehnkämpfer sein, keine Sorge, Hindernisse, natürliche künstliche Hindernisse überwinden. Es gibt der Station Erste Hilfe. Auch da brauchst du kein ausgebildeter Rettungssanitäter sein, sondern einfach hinkommen, kriegst eine Einweisung. Das macht die Firma Critical Knowledge und dort hast du Erste Hilfe-Aufgabe zu erfüllen. Auch für Anfänger, auch für Nichtwissende auf jeden Fall schaffbar. Und wie gesagt, keine Sorge, das soll Spaß machen und das wird es auch. Dann gibt es hier eine Station, da geht es um das Thema Wasser und ich kann auch dazu sagen, es ist Wassergewinnung. Und man kann im Endeffekt sagen, die Gruppe, die am meisten und am schnellsten und am meisten, besten Wasser gewinnen kann, hat die meisten Punkte. Und darum geht es. Also du musst keinen Filter bauen, du musst kein Profi sein. Ja, Wasser gewinnen. Und die letzte Station ist Feuermachen. Eh ganz klar, gehört zum Überleben mit dazu. Und da musst du oder müsst ihr im Team ein Feuer machen. Und zwar, ihr kriegt einen Feuerstahl zur Verfügung gestellt. Natürlich einen XL-Feuerstahl aus dem Hause Reine Rossmann. Und müsst in einer Buschbox Feuer machen. Und ja, das ist es im Endeffekt. Und wenn du jetzt sagst, das wird sicher ganz einfach, dann sage ich, ja, es wird sicher ganz einfach. Und wird Spaß machen. Also bei diesen Stationen geht es darum, in einer vorgegebenen Zeit mit vorgegebenen Mitteln das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Und die Gruppe, die das am besten hinkriegt, kriegt eine Extrawürdigung. Das sind dann die Ersten. Und ja, aber alle anderen Teams haben genauso die Chance, bei der Verlosung, bei den Sachpreisen einfach zu gewinnen. Nummer 8, wie ist das organisiert? Mit dem Start, mit dem Zurückkommen, mit Übernachten und solche Dinge. Also Übernachten, es gibt das Buschkraftarchial auf alderlau.at. Und dort kannst du dir zum Beispiel, wenn du mit deiner Familie anreisen willst, einen ganzen Z-Platz oder eine Hütte oder ein Haus mieten. Deine Familie bleibt dann vor Ort im Haus oder auf dem Camp. Du gehst zu dem Event und wenn du fertig bist, kommst du wieder zurück. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir arbeiten daran, dass es die Möglichkeit gibt, einen eigenen Z-Platz zu nutzen. Da hast du halt dann nicht das ganze Areal, sondern bist mit den anderen Teilnehmern auf einen Z-Platz. Wir arbeiten daran und werden sicher eine Lösung finden. Werde ich auch noch bekannt geben. Was jetzt das Starten und Zurückkommen betrifft. Am Startpunkt gibt es erstens mal die Umarex Testing Area. Das heißt, dort kannst du mit unterschiedlichsten Umarex-Teilen, wie Luftgewehr, Paintball, die mal ausprobieren. Ja, Testareal. Dann werden dort auch andere Unternehmen sein, wo du dann zum Beispiel von Nextorch die Lampen ausprobieren kannst. Das wird Anibag mit dabei sein, mit ihrer Kopfbedeckung, die ich ja großartig finde. Und viele, 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 viele mehr. Ja, schau auf die Webseite, dort findest du alle Informationen. Bushcraft Essentials wird etwas zur Verfügung stehen. Also das ist auch, dort gibt es sozusagen die große Rambazamba. Dort ist der Start. Dort gehst du mit deinem Teamkollegen oder mit deiner Teamkollegin. Also es sind natürlich auch Frauen willkommen. Also weil da auch die Frage mal war, ich habe das gerade vergessen. Entschuldigung, natürlich. Reine Frauenteams, gemischte Teams, alles kein Problem. Ja, kommt, es ist lustig. Von dort gehst du dann, geht ihr dann als Team weg. Läuft die einzelnen Stationen an. Erfüllst dort die Aufgaben und kommt dann am Ende wieder zurück. Und dort wird dann sozusagen die Endzeit genommen. Ja, und dann bist du dort. Kannst dann auch die Testing Area noch einmal ausprobieren. Ich bin dort. Wir werden dort Spaß haben. Ja, und das ist es im Endeffekt. Und es gibt Samstag und Sonntag. Du wirst an einem Tag zugeteilt. Du hast dort einen gewissen Startzeitpunkt, an dem du da sein musst. Weil wenn du nicht da bist, ist es irgendwie blöd. Das verstehst du sicher. Und dann legst du los. Und das ist es im Endeffekt. Details. Wie, was, wann, wo und wo das im Gelände ist, kriegst du nach der Anmeldung. Das heißt, wenn du dich jetzt anmeldest auf survivalrallye.at, bekommst du danach eine E-Mail. Da sind dann alle Anmeldeinformationen noch einmal enthalten. Wo musst du wann sein. Es gibt einen eigenen Treffpunkt. Bedenke auch, dass der Treffpunkt in der Ortschaft, in Buschkraftareal, also in Schwarzenbach an der Billach, am Rande des Buschkraftareals ist. Und dass du dann noch einmal 20, 30 Minuten Fußmarsch hast. Ist aber alles beschildert und natürlich zur Verfügung gestellt. Zum Startpunkt, zum Treffpunkt, wo dann auch ich bin. Die Testing Area ist und das ganze Team vor Ort ist. Und ja, so ist das organisiert. Das heißt, du kriegst dann diesen Punkt, du weißt dann, wann du wo sein musst und kannst loslegen. Wenn ihr die letzte Station angelaufen habt, geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt. Da müsst ihr dann wieder den Weg zurückfinden. Und ja, wenn ihr dann eintrefft, dann bekommt ihr erstens mal den Survival Rallye Patch, den nur die Teilnehmer bekommen. Den man dann mit Stolz tragen kann. Und ein kleines Geschenk für alle, die es geschafft haben. Aber da will ich nicht zu viel verraten. Ich glaube, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt. Die Fragen, die gestellt wurden, hier jetzt beantwortet. Wenn du noch eine Frage hast, dann melde dich bitte direkt bei uns und dann beantworten wir das. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf diese Survival Rallye im August im Buschkräftareal auf valdolat.at. Das wird eine Gaudi, wie man in Österreich sagt. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Wenn du noch Fragen hast, stell sie und denk dran. Survival kann auch Spaß machen. Zumindest bei der Survival Rallye. Das war's Eine wonder ist überschüss. Das war's. Das war's.